Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um ein Video über die aktuelle Situation Israels. Ich habe das genannt, die kommende assyrische Gefangenschaft Israels, weil ich glaube, dass der komplette Staat Israel, so wie er heute existiert, noch mal in Gefangenschaft geht und zwar in eine iranische Gefangenschaft oder auch eine ägyptische oder babylonische, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube darüber hinaus, dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile und ich glaube, dass man das in der Bibel auch sehen kann. Ich zeige auch gleich noch eine Bibelstelle dazu und ich glaube, dass auch Paulus davon gewusst hat. Ja, das sind Sachen, die wir vielleicht aus der Bibel kennen müssen, um ein bisschen einzuschätzen, was im Moment in Israel passiert. Israel ist im Moment in absoluter Stresssituation. Ja, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen nicht mehr so viele Informationen hören über die Demonstrationen in Tel Aviv, weil Israel im Moment heftige Raketenangriffe nach Syrien gegen Syrien fliegt, also gegen syrische Stellungen, auf der anderen Seite aus dem Gaza-Streifen beschossen wird und auch dieser Iron Dome ständig anspringt. Wir haben eine Situation, die extrem schwierig ist, weil viele Staaten jetzt aus dem Dollar austreten und der Dollar als Weltleitwährung immer mehr an Bedeutung verliert, weil Russland und China mittlerweile Rohstoffe nur noch außerhalb des Dollars handeln in Yuan oder in anderen Währungen und auch den Goldstandard wieder einführen wollen. Das heißt also, Amerika wird extrem geschwächt werden dadurch, weil keine Einnahmen mehr da sind. Und ich glaube, die kommenden Monate werden sehr spannend. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass man versuchen muss, die Dinge einzuordnen, die man in Israel sieht. Ich glaube nicht, dass Israel so schnell auseinanderbricht. Aber dass es kommt, das glaube ich ganz, ganz unbedingt, weil die Bibel das vorhersagt. Ich glaube, dass wir im Moment lediglich sehen, wo die Saharis verläuft, ja, und zwar zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Also wenn man alttestamentlich sagen möchte, dann müsste man eigentlich sagen, zwischen Jerusalem und Samaria oder zwischen Judah und Ephraim. Und ich glaube, dass wir genau das wieder sehen werden, dass der moderne Staat Israel in zwei Teile zerbricht. Und zwar nicht auf äußeren Druck hin, sondern von innen heraus. So wie das zurzeit auch von Rehabiam und Jerobeam gewesen ist im Alten Testament. Das heißt, wir haben schon mal ein Vorbild eigentlich dafür, für dieses Auseinanderbrechen Israels. Und das wird auch immer mehr in der Presse transportiert. Ich habe in einem ersten Video schon mal einen Artikel vorgelesen von jemandem, der ganz offen vorschlägt, lasst uns doch Israel teilen. Ja, wir bleiben als föderale Teile zusammen. In wichtigen militärischen Angelegenheiten, wirtschaftlichen Angelegenheiten arbeiten wir zusammen. Aber gesellschaftlich und religiös wird einfach getrennt, ja. Solche Vorschläge gibt es also mittlerweile auch ganz offen, weil er sagt, da gibt es ohnehin keine Übereinkunft. Man kann das nicht zusammenbringen, ja, diese moderne westliche Lebensart, so verkommen, wie die auch ist, in Tel Aviv. Auf der einen Seite und Talmud, talmudisch-rabinisches Judentum auf der anderen Seite. Das passt nicht zusammen und das wird auch nicht zusammengehen. Es gibt auch ein interessantes Video von Aviel Schneider. Ich verlinke euch das auch unten im Kommentarbereich. Da spricht er sehr offen und auch etwas deprimiert über die gegenwärtige Situation, weil ich glaube, dass die sehr genau wissen, was im Hintergrund abläuft und wie tief dieser Riss ist, ja. Der israelische Verteidigungsminister, der ist ja vor die Presse getreten, in der Zeit, als Netanyahu in London gewesen ist und hat gesagt, wir müssen dringend verhandeln. Wir müssen diesen Umbau der Jurisdiktion, den müssen wir verschieben, weil uns sonst das Land auseinanderbricht. Und das ist vielleicht vor zehn Tagen gewesen, so in der Größenordnung und vor rund fünf Tagen kommt dann in der Presse raus. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte es einen Militärputsch in Israel gegeben. Also dieses Zerwürfnis ist dermaßen stark in der Bevölkerung, dass man sogar mit einem Militärputsch in Israel rechnen muss. Nun geht es mir nicht so sehr darum, die politische Situation in Israel zu beleuchten, ja. Die kann man verfolgen. Auf meinem Kanal geht es mir aber mehr darum, zu sehen, was die Bibel sagt, ja. Was die Bibel über die Endzeit sagt. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel zu tun, um viele Dinge neu zu durchdenken. Das fängt beim Standbild Daniels an und hört mit der Wiedergeburt Israels nicht auf. Und eins dieser Themen, was ich auch schon vor vielen Jahren behandelt habe, ist das Auseinanderbrechen Israels. Da habe ich deutsche und auch englische Videos dazu gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr da in der Playlist gucken. Also entweder englische Videos gibt es eine Playlist. Und es gibt auch eine Playlist, die heißt Das Auseinanderbrechen Israels. Wenn ihr danach sucht auf meinem Kanal, dann findet ihr das. Da ist es so Stück für Stück auch entwickelt, wie das im Einzelnen wohl ablaufen wird. Die Bibel sagt, ist da relativ zurückhaltend. Sie spricht von einem Auseinanderbrechen Israels, aber sie sagt nicht im Detail, wie das passiert. Und ich bin ein großer Freund des Alten Testaments und könnte mir gut vorstellen, dass alles eins zu eins so ablaufen muss, wie es im Alten Testament beschrieben ist. Und die erste Spaltung Israels in einen Norden, also in die zehn Stämme von Ephraim im Norden und die zwei Stämme Judah und Benjamin im Süden, die sind begründet gewesen durch Steuererhöhungen. Da haben die zehn Nordstämme gesagt zu dem Sohn von Salomo, senk doch mal die Steuern. Die Steuern sind zu hoch. Und er hat die Steuern dann nicht gesenkt und dann haben die zehn Stämme sich verabschiedet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau so wieder kommen muss. Also wir sind hellwach, aber wir sind nicht panisch. Also wir sagen nicht, jetzt bricht Israel auseinander. So schnell geht das nicht. So schnell brechen Staaten nicht auseinander. Aber was wir, denke ich, schon sehen können, ist, dass dieser Riss nicht zwischen den arabischen Israelis und den jüdischen Israelis verläuft, sondern verläuft zwischen Süden und Norden, zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Das kann man sehen. Und ich möchte gerne ein bisschen plaudern auch dazu. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, also wer die ersten Videos nicht gesehen hat und den Kanal hier nicht so sehr verfolgt hat, den bitte ich, das in den Videos anzuschauen im Detail. Was ich jetzt mache, ist auf, naja, einige Dutzend Videos anzuspielen, die wir hier oder die ich hier auf dem Kanal behandelt habe und die so ein vertieftes Bibelwissen auch voraussetzen. Diejenigen, die das nicht wissen, für die klingt vielleicht das ein oder andere weit hergeholt oder irgendwie absurd. Aber denen kann ich nur empfehlen, schaut euch die Videos an und lest das in eurer Bibel nach. Ja, das ist halt wichtig. Und dann kommt ihr irgendwann an einen Punkt, wo ihr euch entscheiden müsst, ob ihr die bisherige Eschatologie weiterverfolgen wollt. Das könnt ihr gerne tun, ja. Dann muss man aber manche Bibelstellen einfach offen lassen oder unbeantwortet. Oder ob ihr da meinen Gedanken folgen wollt, dann glaube ich, kann man einiges im Neuen Testament plötzlich verstehen, was bisher nicht so leicht verständlich gewesen ist. Dazu gehört zum Beispiel die Wiedergeburt Jerusalems. Vielleicht nur als kleines Beispiel. Die Wiedergeburt Jerusalems wird an einem einzigen Tag passieren, also die Bevölkerung, die in Jerusalem dann noch übrig ist. Das werden meiner Meinung nach nur wenige Tausend sein. Die werden auf, die werden belagert, ja. Und die werden an einem einzigen Tag in einem einzigen Ereignis zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, das ist ein Stichtag in der Endzeit. Dann haben wir drei Stichtage. Bisher hatten wir nur zwei. Bisher hatten wir nur den Tag der Entrückung, wo niemand weiß, wann der kommt. Und den Tag der Rückkehr Jesu auf den Ölberg, wo auch niemand weiß, wann der kommt, ja. Am Ende der Drangsaltjahr natürlich. Aber die Frage ist ja, wann fängt die Drangsalt denn überhaupt an? Die fängt übrigens mit dem Tag der Wiedergeburt an. Mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems taggenau. Was ich damit aber sagen möchte, ist, mit der Kenntnis über diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems haben wir einen dritten Stichtag. Und wir hatten bisher nur zwei Stichtage. Also nur den Stichtag der Entrückung und den Tag der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Mit diesen beiden Stichtagen hat man bisher versucht, endzeitliche Ereignisse einzuordnen. Mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommt ein dritter Stichtag dazu. Und das macht plötzlich vieles an Auslegung möglich, was bisher nicht möglich gewesen ist, ja. Das war Inhalt der bisherigen Videos. Also zur Situation Israels. Ich gehe davon aus, dass Israel, wenn auch nicht heute, vielleicht auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, ja. Das weiß aber niemand wann, dass Israel zerbricht. Und zwar in zwei Teile. Und zwar von innen heraus. So wie wir das jetzt schon in diesen letzten Wochen und Tagen gesehen haben, wie stark das Zerwürfnis in Israel selber ist, ja. Und dass Israel zerbricht in zwei Teile und dass Paulus das im zweiten Thessalonischer 2 auch anspricht und sagt, erst muss der Abfall kommen. Unter diesem Abfall verstehe ich nicht einen Glaubensabfall. Keinen Glaubensabfall in dem Sinne, dass Christen sich vom Glauben entfernen würden. Oder Israelis vom israelischen Glauben. Also letzteres sowieso nicht, weil der Apostel nicht mehr Israel und seinen jüdischen Glauben im Fokus hatte, sondern die Gemeinde Jesu und nur noch die. Wenn Paulus aber sagt, dass in der letzten Zeit ein Abfall kommen muss und dass das ein Zeichen ist, dann kann das ja kein prozesshafter Abfall der Christenheit sein. Da muss das auch ein katastrophisches Ereignis sein. Und im Zusammenhang kann man sehen, dass dieses Wort Apostasia, also Abfall, auch die Bedeutung einer Revolte hat. Erst kommt die Revolte, erst kommt der Aufstand, erst kommt die Spaltung, die Abtrennung. Und ich glaube, dass Paulus damit meint, dass Israel auseinanderbrechen muss. Das klingt für uns erstmal abwegig. Das liegt aber eigentlich nur daran, dass wir nichts von dem Auseinanderbrechen Israels wissen. Wüssten wir aus dem Alten Testament davon, dass die Propheten dieses Auseinanderbrechen Israels für die letzte Zeit vorhersagen, hätten wir auch keine so großen Probleme, dieses Apostasia oder diesen Abfall in 2. Thessalonischer 2 dem auch zuzuordnen. Wir wissen aber nichts davon oder weite Teile der Christen wissen nichts davon und die verteidigen nicht Gottes Wort, sondern die verteidigen eine bestimmte Theologie. Und deswegen können sie sich das nicht vorstellen. Aber Maßstab für das, was kommt, ist nicht das, was wir uns vorstellen können, sondern Maßstab für das, was kommt, ist, was geschrieben steht. Und ich habe auch vor längerer Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass ich der Meinung bin, dass Amerika in diesen Endzeitereignissen keine Rolle mehr spielt. Da haben viele zu mir gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Amerika ist die Schutzmacht Israels und Amerika wird immer für Israel einstehen. Das ist keine zwei Jahre her. Jetzt sehen wir, dass Amerika immer weiter hinten runterfällt, immer mehr im Chaos versinkt, im politischen Chaos, im wirtschaftlichen Chaos. Wenn jetzt keine Petrodollar mehr gezahlt werden an die amerikanische Regierung verliert, Amerika natürlich auch Bonität. Das heißt, der Dollar wird fallen. Da wird eine Inflation kommen. Das wird den Euro auch mitbewegen werden. Das sind Sachen, wo die westliche Welt gerade in Turbulenzen kommt, ohne Gleichen. Das hat ja auch der chinesische Staatschef zum Putin gesagt, dass jetzt Dinge passieren, die die letzten 100 Jahre nicht passiert sind. Wir erleben im Prinzip einen Paradigmenwechsel von einer US-amerikanischen Hegemonialmacht hin zu einer asiatischen Hegemonialmacht. Ob das Russland sein wird oder China, steht nochmal aus. Aber das sehen wir bereits. Da wird Goldstandard eingeführt, da wächst die Wirtschaft, das boomt. Da werden neue Koalitionen und Allianzen geschmiedet. Unter der Ägide chinesischer Vermittlung ist jetzt auch Saudi-Arabien mit dem Iran zusammengekommen. Nach vielen Jahren sitzen die jetzt zusammen und treffen sich und sprechen über neue politische Bande, die man da schließen will. Und zwar in China, nicht in Amerika. Und Amerika ist komplett mit sich selber beschäftigt. Das hat also vor wenigen Jahren überhaupt niemand für möglich gehalten. Ich habe immer gesagt, in der Bibel steht nichts von Amerika für die Endzeit. Und ich fand das auch erstaunlich. Aber es geht nicht darum, was wir uns vorstellen können, sondern es geht darum, was geschrieben steht. Und ich glaube, dass wir überall so Ansätze sehen von dem, dass sich die Weltpolitik und insbesondere der Nahe Osten dem angleicht, was die Schrift, was die Heilige Schrift, die Bibel, ich sage das bewusst, was die Heilige Schrift uns vorhersagt. Und dazu gehört dieses Auseinanderbrechen Israels. Wenn Israel zerbricht in zwei Teile. Ob das aus steuerlichen Gründen, aus finanziellen Gründen ist oder wie auch immer. Das weiß niemand. Ich vermute das. Deswegen sage ich, ich sehe das jetzt auch noch nicht. Aber das wird kommen. Wenn Israel sich zerteilt, dann wird der Norden ein Bündnis eingehen mit Damaskus. Damaskus wird ein Stadtstaat werden. Syrien wird komplett zerpflügt werden und zerstört werden. Und dann wird Damaskus als Stadtstaat übrig bleiben. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dass Daniel ja auch sagt, da wird ein kleines Horn kommen. Dieses kleine Horn kommt zwischen den anderen zehn Hörnern auf. Ich verweise jetzt auf meine Videos. Dann glaube ich, dass damit angedeutet ist, dass Damaskus auch nur noch ein Stadtstaat ist. Zwischen zehn anderen Stadtstaaten, nämlich den Stadtstaaten der Dekapolis kommt dieses Elfte hervor. Was ich hier sage, das ist schon sehr alt. Das wissen auch viele nicht, weil sie die Bibel nicht kennen. Aber die antike Dekapolis im ersten Jahrhundert nach Christus, die kannte auch ein Bündnis zwischen der Dekapolis und Damaskus. Und dieses Bündnis zwischen der Dekapolis oder ich sage mal umgekehrt, diese Bündnisse zwischen Damaskus und der Gegend, in der die Dekapolis lag, die sind sehr alt. Die gehen zurück bis ins fünfte Buch Mose. Und immer wieder hat Damaskus versucht, diese Gegend für sich zu vereinnahmen. Also das, was die Offenbarung uns schreibt oder was Daniel da formuliert, das hat nichts mit zehn europäischen EU-Staaten zu tun. In gar keiner Weise. Das sind Sachen, die die europäische Evangelikale da hineingelegt haben. Aber das ist nichts, was die Bibel sagt. Wenn man die Bibel studiert, dann findet man im Alten Testament immer wieder, dass Damaskus diese Gegend um der Dekapolis versucht hat, für sich einzunehmen. Und da sagt Daniel, das kommt in der letzten Zeit wieder. Und das kommt meiner Meinung dann, wenn in der Endzeit Israel, der Norden Israels, mit Damaskus ein Bündnis eingeht oder Damaskus mit Israel ein Bündnis eingeht. Und der Daniel, der sagt ja auch, dass der kommende Fürst einen Bund mit den vielen schließt. Und dieser Bund mit den vielen, da steht ja nicht, dass der Antichrist einen Bund mit Israel schließt, sondern da steht nur ein kommender Fürst schließt einen Bund mit den vielen. Diese vielen sind diese unorganisierte Volksmenge im Norden Israels, die überhaupt keine Zeit mehr hat, ein funktionierendes Staatssystem aufzubauen mit judikative, exekutive, legislative, militär und so weiter. Das ist unstrukturiert. Und deswegen nennt die Bibel das auch nicht Israel. Die nennt das nur die vielen. Also dieser kommende Fürst, der übrigens ein Nachkommer von Antiochus Epiphanes ist in der Genealogie, die Daniel uns zeigt. Und kein Römer, kein Titus, sondern ein Nachfolger von dem Antiochus Epiphanes. Und der war Syrer. Und dieser kleine Stadtstaat, der ist in Syrien, der ist nämlich dieses Damaskus. Die werden einen Bund machen zusammen. Und dann wird Israel in einen Bruderkrieg verwickelt werden. Dann wird der Norden Israels gegen den Süden kämpfen. Ein Bruderkrieg in Israel. Das ist das, was uns bevorsteht. Und deswegen bin ich so hellwach, wenn ich sehe, was im Moment da unten passiert, wie dieses Zerwürfnis in Israel von innen aus der Bevölkerung herauskommt. Wie gesagt, ich glaube, dass das Anfänge sind. Jesus spricht ja auch mal von Anfang der Wehen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten und so weiter. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, dass Israel einen Bruderkrieg erleben wird, wo Ephraim, wo der Norden Israels in Verbindung mit Damaskus gegen Judah kämpft, gegen den Süden Israels und speziell gegen Jerusalem. Und die Bibel kennt diese Struktur schon. Da habe ich auch oft drüber gesprochen. Ja, in Jesaja 7 zum Beispiel, der Syro-Ephraim-Mittische Krieg. Da ist Syrien und Ephraim miteinander im Bund gegen Judah. Gegen Judah und Jerusalem. Das ist also eine alte Geschichte. Und die wird sich wiederholen. Denn wenn Syrien und Ephraim, Syro-Ephraim-Mittischer Krieg, wenn die wieder gegen Jerusalem ziehen, dann kann man sagen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden oder siehe, eine junge Frau, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Dann kommt Schwangerschaft. Wer wird dann schwanger? Zion. Zion wird schwanger und gebiert. Und das ist das, was ich erwarte für die Zukunft Israels. Wie gesagt, das hört sich für viele Weithergeholte an. Das liegt aber nur daran, dass wir entweder einer evangelikalen Theologie gefolgt sind, die ständig die Romtheorie da in die Bibel hineingelegt hat und nicht das Alte Testament erforscht hat. Wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, nur als Beispiel möchte ich erwähnen, wenn man Jesaja 7, die politische Situation, die damals geherrscht hat, besser kennen würde, dann wäre das, was ich jetzt sage, gar nichts Neues. Dann würde man sagen, Moment mal, das war doch alles schon bei Jesaja 7, ist das schon passiert. Ja, genau, sage ich. Das ist das, was sich wiederholen wird. Und dieser Bruderkrieg, der dort beschrieben ist, als ich das zum ersten Mal gelesen habe vor 25 Jahren, da war ich total erstaunt, dass ich sage, wie kann das denn sein, dass ein Israeli gegen den anderen kämpft? Aber das war damals so und das wird wieder kommen. Und das, was wir da unten sehen in Israel, dieses Zerwürfnis, das glaube ich, ist der Anfang davon. Wenn das wahr ist, was ich sage, dann sprengt das jegliche evangelikale Eschatologie. Das zerstört jegliche evangelikale Endzeitvorstellung. Das zerstört auch eine evangelikal-zionistische Israelvorstellung. Denn Israel wird ja immer verklärt als das Volk Gottes. Das Volk Gottes sind übrigens wir Christen. Ja, nur um das nochmal deutlich zu sagen. Israel wird wieder Volk Gottes werden, wenn die Christen entrückt sind. Heute ist Israel nicht Gottes Volk. Israel war Gottes Volk und wird auch Gottes Volk wieder sein im tausendjährigen Reich. Und zwar Gottes irdisches Volk. Aber heute sind wir Gottes Volk. Wer sagt das? Petrus. Der sagt, ihr seid das königliche Priestertum. Ihr seid das Volk des Eigentums. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wie können wir so selbst vergessen sein und sagen, dass die Israelis im Nahen Osten, die Jesus verworfen haben und noch immer verwerfen oder denen Jesus auch egal ist, dass die Gottes Volk wären. Ja, das geht vollkommen am Neuen Testament vorbei. Also wir müssen dringend zurück zum Wort Gottes. Und das, was ich sage, das torpediert und pulverisiert diese evangelikal-zionistische Endzeitvorstellung vollends. Und jetzt haben viele ein Problem. Zum Beispiel auch Aviel Schneider. Ja, der hat gesagt in seinem Interview, dass er also in der israelischen Armee gewesen ist und dass er immer davon ausgegangen ist, dass Israel bleibt, bis der Messias kommt. Und sagt er, ja gut, aber jetzt ist in der Zeitung plötzlich die Rede davon, dass Spaltung ist im Volk. Und im Übrigen war es ja auch so, dass Israel nie länger als 80 Jahre zusammen gewesen ist. Ja, ansonsten war Israel in seiner kompletten Geschichte immer zweigeteilt. Also wir Deutsche können das nachvollziehen. Wir hatten ja auch lange BRD und DDR. Ja, also wir leiden da durchaus mit. Aber er ist davon ausgegangen, dass Israel immer zusammenbleibt und der Messias irgendwann kommt. Und dann sagt er aber im Interview, ja gut, aber zur Zeit der Apostelgeschichte waren ja auch die meisten Leute irgendwo im Mittelmeerraum zerstreut. Es waren ja überhaupt nicht alle versammelt in Israel. In Klammern, heute sind ja auch viele in Amerika zerstreut und Russland zerstreut. Ja, es sind ja auch nicht heute nicht alle Juden in Israel. Und trotzdem kam der Messias damals. Und trotzdem wird der Messias kommen, obwohl nicht alle Juden in Israel versammelt sind. Und noch schlimmer, Israel zerbricht. Und damit stehen viele evangelikale Pastoren vor den Trümmern ihrer Theologie. Und zwar, weil sie einerseits diese Rom-Theorie immer favorisiert haben und immer einen römischen Diktator in Daniel rein interpretiert haben, von dem überhaupt nichts, wo die Rede ist. Statt Antiochus Epiphanes zu verstehen, dass das eine griechische Linie ist, die bis Antiochus Epiphanes geht. Und dieser Antiochus, der ist, auf den Jesus in den Endzeitreden, Matthäus 24, verweist. Und dass ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes kommen wird, aus Syrien, aus Damaskus. Da knackt es im Kopf. Und diese Pastoren können sich das nicht vorstellen. Und deswegen, weil sie nichts wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, weil sie der Rom-Theorie folgen, weil sie nichts wissen vom Auseinanderbrechen Israels. Deswegen schweigen sie im Moment. Sie sagen nichts zu der Situation, weil das, was in Israel passiert, überhaupt nicht in ihre zionistischen Vorstellungen passt. Überhaupt nicht. Das sind total unangenehm. Und dem Staat Israel ist es auch unangenehm. Und ich glaube, dass wir die nächsten Tage und Wochen relativ wenig von diesen Aufständen oder Demonstrationen in Tel Aviv hören werden. Wenn sie, oder im Norden Israels, ist ja nicht nur in Tel Aviv, wenn sie nicht sogar ganz aufhören werden, weil erstaunlicherweise sehr pünktlich alle möglichen außenpolitischen Krisen auf Israel einstürmen. Das ist natürlich eine dramatische Sache für Israel. Aber rein innenpolitisch war das der einzige Ausweg. Denn wenn er so weitergegangen wäre, dann wäre Netanyahu mit seiner juristischen Reform bzw. mit dem Einführen der Talmud-Gesetze in Norden Israels also vollkommen gegen die Wand gefahren. Und seine Regierung wäre gescheitert. Und das kann er nicht sein, sagt er sich. Und deswegen hilft ihm das jetzt extrem, womit ich nichts andeuten möchte, aber was man zumindest mal im Hinterkopf behalten kann. Deswegen glaube ich, dass diese Demonstrationen entweder aufhören werden oder sich im Sande verlaufen oder die Angst halt so groß ist, dass man sich irgendwie wieder zusammenraufen muss. Trotzdem glaube ich, dass man sehen kann, dass der moderne Staat Israel zerbricht. Und schlimmer noch, der wird in der Endzeit nicht nur zerbrechen, sondern da werden Menschen verkauft werden in eine asyrische Gefangenschaft. Da gibt es eine Bibelstelle in Joel 3, Vers 1. Oder ich lese mal hier ab, Joel 3, Vers 5. Bei manchen ist das Joel 4, Vers 5, weil die Kapitelzählung da differiert bei den Übersetzungen. Also ich sage mal hier Joel 3, Vers 5, Schrägstrich 4, Vers 5, die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinorde genommen und in eure Tempel gebracht habt. Dazu auch die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen, auf dass ihr sie ja ferne von ihren Grenzen brächtet. Ja, er schreibt hier an die von Tyrus und Sidon. Und er sagt, und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wollant trotzet mir, so will ich es euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf, die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinorde genommen und in eure Tempel gebracht habt. Dazu auch die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen, nicht den Römern. Also in der Endzeit kommen die Griechen wieder. Und man kann das auch sehen, dass es hier sich um die Endzeit handelt, wenn man nämlich hier den ersten Vers liest. Da steht Joel 3, Vers 1, denn siehe in den Tagen und zur selben Zeit, wenn ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden, alle Nationen zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen das selbst rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben und das Los um mein Volk geworfen haben. Das heißt also, die Nationen haben Israel unter sich aufgeteilt. Die Nationen werden Israel verwüsten. Davon spricht der Engel zu Daniel in Daniel 9. Und hier in Joel steht, dass sie die Israeliten verkauft haben und Israel unter die Heiden zerstreut haben und sich in sein Land geteilt haben. Das heißt also, Joel spricht hier von den letzten Tagen. Da geht es um das Tal Josaphat. Da geht es um die letzte große Endzeitschlacht. Da geht es in Klammern auch um Hamageddon. Ja, müsste man es im Detail anschauen. Das heißt also, Joel spricht hier von der letzten Zeit, von der letzten Zeit innerhalb der 70. Jahrwoche. Das ist gegen Ende der 70. Jahrwoche. Und Gott spricht davon, dass die in Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister und alle Nationen Israel verkauft haben, den Griechen. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass in der Endzeit wieder Griechen da sind, keine Römer. Genau. Weil die Romtheorie existiert nicht mehr. Ja, die ist vorbei. Die ist auch widerlegt. Die funktioniert auch nicht. Das ist eine Chimäre, die man immer noch mitschleppt und die man in die Bibel hineininterpretiert hat. Warum sind das denn Griechen in der Endzeit? Naja, weil das auf Antiochus Epiphanes alles zurückgeht und weil Antiochus Epiphanes ein Grieche war. Und Antiochus Epiphanes in der Endzeit wiederkommen wird. Das ist der Antichrist. Ja, das Tier aus dem Meer. Nämlich aus Damaskus. Aus Syrien. Das kleine Horn. Ein Tier aus dem Meer. Eine Wiederholung des antiken Antiochus Epiphanes. Und der war Grieche. Ja, der war Seleukide. Und die Seleukiden kamen von Alexander dem Großen. Das heißt also, warum hier Griechen und nicht Römer steht, ist dann auch nur verständlich, wenn man voraussetzt, dass in der letzten Zeit ein Antiochus Epiphanes aufkommt. Eine Kopie des antiken Antiochus Epiphanes. Und damit diese griechische Linie von Alexander dem Großen in der Endzeit vollendet wird. Sonst kann man diese Bibelstelle hier nicht auslegen. Es gibt niemand, der erklären könnte, wer diese Griechen wären. Da fängt man dann an und will dann irgendwie sagen, ja gut, die Griechen, das ist so eine Umschreibung für Italien. Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich will euch damit nur zeigen, dass es diese Aussagen hier in Joel gibt, dass Israel zerteilt wird und dass Israel gefangen geschickt wird. Und wenn Hamageddon kommt, dann wird auch Assur kommen, nämlich die Könige vom Osten, die Könige von Euphrat. Das ist der heutige Iran. Und die werden die Israelis gefangen nehmen und das ganze Land zerstören und verwüsten. Es wird eine große Verwüstung sein. Die Verwüstung wird bis zum Ende sein. Und es wird auch noch einen Gräuel der Verwüstung geben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und deswegen habe ich das Video auch genannt, die kommende assyrische Gefangenschaft Israels. Wenn Jesus dann wiederkommt auf dem Ölberg, dann wird er die, die zerstreut sind in Assur, Assyrien, in dem Reich des Antichristen, also im Reich der Griechen in Ägypten, die wird Gott dann alle sammeln. Und davon redet Hesekiel 37. Hesekiel 37 spricht davon, dass Gott ganz Israel wieder zusammenbringen will. Da steht, das Wort des Herrn kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und durch Gottes Wort wird dann Haut und Sehnen über die gezogen und dann kommt Gottes Geist in sie. Dann werden die wieder lebendig. Und dann werden die aus den Gräbern wieder zurückgeführt. Da steht in Vers 11, er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Beine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Warum? Weil die heutige Bevölkerung des modernen Staates Israel noch in eine iranische Gefangenschaft geführt werden wird. Und die glauben, dass sie dann nie mehr zurückkommen aus dieser Gefangenschaft. Und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg, wird seine Stadt Jerusalem befreien und der wird dann die Israelis wieder sammeln und wieder alle zurückbringen. Denn in Vers 12 steht, darum Weissag und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich die Gräber geöffnet und euch mein Volk aus denselben gebracht habe. Hört ihr, das ist tausendjähriges Reich, dann spricht Gott wieder von Israel. Das ist dann sein Volk, dass er sagt, ich will euch, mein Volk aus denselben Völkern wieder zurückbringen. Dann ist Israel wieder Gottes Volk. Dann wird Israel auch wieder geeint werden. Das steht dann ab Vers 16, da steht, du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf des Judah und der Kind der Israel, seiner Zugetan, und nimm noch ein Holz und schreibe darauf des Josef, nämlich das Holz Ephraims. Das ist das Nordreich, ja? Judah, das Südreich, das Nordreich. Und des ganzen Hauses Israel, seiner Zugetan, und tue eins zum anderen zusammen, dass es ein Holz werde in deiner Hand. Also Gott wird dann im Christus, im tausendjährigen Reich, Judah und Ephraim wieder zusammen unter einem König versammeln, und zwar unter dem ewigen König David, weil in Vers 25 steht, sie sollen wieder im Lande wohnen, dass ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, darin eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen, ewiglich. Und jetzt kommt's. Und mein Kranknecht David soll ewiglich ihr Fürst sein. Als Ezekiel das geschrieben hat, da war David schon ein halbes Jahr tausend tot. Wie kann David dann plötzlich wieder der Fürst und König und Herrscher Israels sein? Naja, im tausendjährigen Reich, weil Jesus wieder kommt. Das ist das, was das Kapitel 17 sagt. Diese Art von Aliyah, die kommt erst noch. Das ist nicht die Aliyah von 1948. Wird euch aber immer erzählt. Ja? Weil das ein zionistischer Gedanke ist und weil das ganz gut so ins Konzept gepasst hat. Aber dieses Konzept zerbricht gerade. Das zerbricht in tausend Splitter. Da bleibt überhaupt nichts übrig von. Und das wird schwer werden für die Ausleger, sich da zu korrigieren. Die werden wahrscheinlich erst das akzeptieren, wenn die das sehen. Dazu muss Israel erst auseinanderbrechen. Vorher werden die ihre Lehre dann nicht verlassen, weil das so in ihnen drin ist und weil sie sich das leider nicht vorstellen können. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle, was wir uns vorstellen können. Sonst spielt nur eine Rolle, was in der Schrift steht. Und da steht halt, dass Israel zerbricht. Wenn Israel auseinanderbricht, wird das nicht mehr lange dauern, bis die 70. Jahrwoche beginnt und dann alles sehr schnell abläuft, weil in einer solch feindlichen Umgebung, die auch Israel zum Teil gerade gegen sich aufbringt, diese umliegenden Nationen, da wird ein zerbrochener Staat Israel überhaupt nicht mehr lange existieren können. Der Norden wird dann relativ schnell ein Bündnis suchen. Das findet er in Damaskus. Damaskus braucht auch einen Bündnispartner, weil Damaskus ein kleiner Stadtstaat geworden ist, sodass die beiden dann zusammenfinden. Allein der Gedanke ist von dem heutigen, von dem, was wir heute sehen, noch relativ weit entfernt. Da braucht es noch die ein oder andere Entwicklung zu. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass das Zerbrechen Israels jetzt so kurzfristig bevorstehen würde. Aber dass es angekündigt ist, das sagt Joel und das sagt Hesekiel und das sagt Daniel und das sagt Misha und Malachi und Zachariah. Und wenn wir das wissen und das alte Testament besser kennen, die Situation in Jeremia kennen, die Situation in Jesaja kennen, die Situation bei der Landnahme kennen, die politischen Strukturen im Richterbuch etc. und mit dem Wissen dann in 2. Thessalonischer 2 gehen, ich kann das nicht oft genug sagen, ja. Dann können wir sagen, das, was Paulus dort formuliert, das passt sehr gut zu diesen alttestamentlichen Aussagen, zu dieser alttestamentlichen Prophetie für die Endzeit. Und scheinbar hat Paulus davon gewusst. Und dann kann man verstehen, dass Paulus von einem Zerbrechen Israels spricht, ja. Wenn man das nicht weiß, wenn man seine Bibel nicht kennt, wenn man darin nicht unterwiesen ist, dann klingt das abwegig. Dann sagt man, ja gut, die Christenheit muss erst vom Glauben abfallen und dann kommt der Antichrist. Gut, ich lasse es gut sein, ja. Ich wollte das nur halt ein bisschen auch argumentieren, dass ihr das versteht. Deswegen ist das, was in Israel passiert, im Moment für mich so spannend und so interessant. Ich glaube, dass man da bestimmte Anfänge sehen kann von dem, was die Bibel für die Endzeit sagt. Vor drei Jahren, zwei Jahren hat mir auch niemand geglaubt, dass Amerika nicht mehr die Schutzmacht Israel sein würde, weil die Bibel nicht davon spricht. Mittlerweile kann man sich das leider bestens vorstellen. Und das Römische Reich, da leben wir gerade drin. Und das zerbricht gerade. Ich sage das auch schon seit vier, fünf Jahren. Am Anfang haben viele darüber gelacht. Manche haben geschrieben, habe ich da was nicht mitbekommen? Ganz offensichtlich, ja. Aber jetzt kriegen wir es mit. Wir kriegen es mit. Und von Monat zu Monat wird es schlimmer werden. Das Römische Reich, Edom in den Vorstellungen der Rabbiner, das zerbricht gerade. Und da kommt etwas Neues. Etwas, was niemand auf dem Schirm hat. Aber was in der Bibel vorhergesagt ist. Das wollte ich euch so in aller Kürze sagen. Der Herr kommt. Jesus kommt. Und in dem Chaos, in dem wir hier leben, haben wir, wenn wir gläubig sind, eine begründete Hoffnung. Wir sind hoffnungsfrohe Leute, weil wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und mehr noch. Wir sehen, dass die Bibel sich in allen Details erfüllt. Und das ist was Schönes. Dann haben wir ja die Wahrheit gefunden. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Ja. Dann haben wir Gott gefunden. Ja. Dann haben wir ewiges Leben. Ja, natürlich. In alle Ewigkeit leben. Bei Gott sein. In der Herrlichkeit. Im Paradies. Ja. Das ist das, was das Evangelium verheißt. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter, weil es sich eure Erlösung naht. Ja. In dem Sinn, euch alles Gute. Gottes Segen. Und bis bald. Amen. 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 Vielen Dank.